Regional, nachhaltig und klimaneutral heizen. So lautet das Credo von Best Pellets mit Sitz in Karlsruhe. Das Unternehmen blickt schon auf eine über 20-jährige Erfahrung am Pelletmarkt zurück und bietet seinen Kunden Holzpellets, deren Holz aus nachhaltig bewirtschafteten und heimischen Wäldern stammt. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet in einem Joint Venture zwischen der damaligen German Pellets und der ZG Raiffeisen. Wir sind seitdem ein stetig wachsendes Unternehmen im Holzpellets-Bereich. Wir handeln im Endkundenbereich, das heißt unsere klassischen Kunden sind die Ein- bis Zweifamilienhäuser und mittlerweile beschäftigen wir in der Best Pellets über 50 Mitarbeiter. Und diese sorgen mit regionalen Vertriebsniederlassungen in Baden-Württemberg, Bayern, dem Saarland, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern für beste Brennstoffqualität aus nachhaltigen Rohstoffen. Also unter anderem bekommen wir hier natürlich unsere regionalen Waren angeliefert. Das bedeutet natürlich, unsere lose Ware bekommen wir nur von regionalen Pelletsproduktionen oder Sägewerken. Unsere Mitarbeiter prüfen die Ware auf Qualität und auf Nachhaltigkeit. Unter anderem haben wir auch einen Werksverkauf, wo umliegende Leute hier ihre Ware direkt abholen können zu den üblichen Tageszeiten. Und die Mitarbeiter tragen einen großen Anteil daran, regional hier die Waren bereitzustellen und auch immer sicherzustellen, dass unsere Kunden immer ausreichend Ware zur Verfügung haben. Und wo viel Ware, also die Pellets, umgeschlagen werden, fällt natürlich auch Abrieb an. Dieser musste gesammelt und abtransportiert werden. Und wir haben natürlich nach einer Möglichkeit gesucht, nachhaltig die Wertschöpfung an unserem Lager zu erweitern. Und da kamen wir eben auch über unseren Lagermeister auf Eco-Kraft. Wir hatten dann Kontakt aufgenommen zu der Eco-Kraft GmbH und haben dann eben einen Austausch gehabt, wie könnte man hier die Wertschöpfung erweitern und verbessern. Und stehen heute hier, haben die Anlage vor Ort und produzieren unsere eigenen Pellets. An diesem Standort werden die Pellets angeliefert und gehen dann weiter an die Kunden. Und genau bei diesem Prozess fällt der Abrieb der Holzpellets an. Also bot es sich an, genau hier eine Eco-Kraft-Anlage zu installieren. Also wir wurden von Anfang an sehr gut und professionell beraten, muss ich sagen. Wir hatten immer schon von Anfang an die gleichen Ideen, wie können wir es umsetzen, was können wir umsetzen, von der Qualität her und auch von der Menge her. Und auch wo die Anlage dann, sage ich mal, hier hergestellt wurde, wurden wir seitens der Eco-Kraft innerhalb von zwei bis drei Tagen hier sofort unterstützt. Man hat uns Tipps und Tricks, sage ich mal, mitgegeben, die wir auch heute noch einmal ein bisschen für uns verbessern konnten und erweitern konnten. Und auch hier kann ich nur sagen, Daumen hoch. Und schon nach kurzer Zeit konnte die Anlage von Eco-Kraft ihren Betrieb hier aufnehmen. Die bisherigen Erfahrungen seitens Best Pellets zeigen, dass die Inbetriebnahme der Anlage hier eine sehr gute Entscheidung war. Also bisher haben wir nur positive Erfahrungen gemacht. Die Anlage läuft sozusagen konstant. Sie läuft nachhaltig. Wir haben hier zwei Leute, die vor Ort sind, die nebenbei die Anlage steuern können, die Konditionierung einstellen können. Und das Ergebnis, wie Sie sehen hinter uns, sind einfach eine gleichbleibende Qualität und ein tolles Pellet. Aktuell schafft die Anlage bis zu 300 Kilogramm Pellets in einer Stunde. Die Vorteile der Produktion hier vor Ort liegen auf der Hand. Wir haben unser Material hier vor Ort. Wir fahren es nicht mit irgendwelchen LKWs über weite Strecken, haben dadurch auch keinen hohen CO2-Ausstoß. Wir haben die Wertschöpfung hier und sind natürlich damit auch von der CO2-Bilanz besser als mit Gas oder mit Öl. Vorteile, die für Best Pellets sehr wichtig sind. Gerade durch die professionelle Zusammenarbeit mit Eco-Kraft will man die so gewonnene Nachhaltigkeit mit frischen Pellets aus dem Abrieb an anderen Standorten fortsetzen. Der Bedarf ist natürlich da. Man muss aber auch immer sehen, dass wir hier aktuell natürlich auch an der Kapazitätsgrenze sind. Das heißt, man hat einen gewissen Umschlag. Es entsteht ein gewisser Abrieb. Den kann man verarbeiten, aber man ist auch hier begrenzt. Aber sicherlich, wir haben ja natürlich auch noch andere Lagerstätten, ist unser Interesse hoch, auch dort eine Eco-Kraft-Anlage zu installieren und zu betreiben. Nachhaltigkeit steht bei Best Pellets an vorderster Stelle. Und das wissen auch die Kunden zu schätzen. Es ist für uns extrem wichtig, dass natürlich auch die Kundenanforderungen immer höher werden. Den Kunden ist es wichtig, dass sie regionale Produkte bekommen, dass wir was für unsere Umwelt tun, dass wir die Umwelteinflüsse einfach auch mindern. Und wir, die Best Pellets, haben uns das ganz groß auf die Fahne geschrieben, hier unseren Teil beizutragen. Die Technologie von Eco-Kraft hilft Best Pellets dabei, das umzusetzen. Der ansonsten überschüssige Abrieb der Holzpellets muss nicht mehr abtransportiert oder entsorgt werden, sondern ist letztendlich wieder Teil einer Kreislaufwirtschaft, die für alle nur Vorteile bietet. Für das Unternehmen, die Kunden und nicht zuletzt für die Umwelt.